Ja, jetzt gibt es einen Donnerstagsfrühmorgenskracher vom Olli. Und wie wird, ich bin ja ein riesen Fan von Johann König, wie wird Johann König sagen? Der ist so gut, da haut es mich ungespitzt aus der Hose. Bedanken möchte ich mich auch bei meinem Comedy-Freund Nisa. Nisa, der ist von dir sensationelles Material. Zwei Taschentiebe, ich nenne sie jetzt mal Helmfried und Rigobert. Zwei Taschentiebe gehen in eine Bar und als sie aus der Bar rauskommen, sagt der Rigobert zum Helmfried. Sag mal Helmfried, hast du gesehen, was der Barkeeper für eine tolle Uhr gehabt hat? Dann sagt der andere, zeig mal. Zwei Taschentiebe. Zwei Taschentiebe. Zwei Taschentiebe. Ha, siehst du alle Uhr incorrt. Zwei Taschentiebe. Zwei Taschentiebe.